ja hallo freunde herzlich willkommen zu einem was sie selbst ja ich denke erst mal jetzt proben dass wir die Chance gegeben hat mich hier zu promoten und wie ihr seht man ist ein recht kleiner YouTuber und hier geht es auch nicht so hart zu wie gebrüht oder sowas hier geht es schon sanft zu mit Zelda mit 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 Fire Emblem mit Toko und ein bisschen dann schon Community Projekt mache ich auch gerne vor allem erkläre ich auch immer wie das Spiel bekommt das ich in der Community spiele oder ich gebe immer Informationen dazu wie er die Spiele eigentlich legal erwerben könnt ich bin ja auch nicht so ein Fan von gecrackt und sowas und ja hier könnt ihr erstmal alles lese was für Projekte es gibt und so ja ich muss dazu sagen ich habe jetzt gerade einen Schnupf und das ist sehr blöd ist und momentan läuft halt Pokémon MMO, Pokémon Mystery Dungeon und Fire Emblem und ich versuche eigentlich in YouTube euch die Spiele näher zu bringen die einfach mich in meiner Kindheit begleitet haben mit Kindheit meine ich so 0 bis 12 kann man so sagen diese Spiele versuche ich euch näher zu bringen Pokémon Fire Emblem, Legend of Zelda und bei mir wird nicht immer nur solche Spiele kommen ich habe eigentlich auch geplant Skyrim oder Darkseid 2 aber ich weiß ja auch ich weiß noch nicht ob ich das durchziehe also ein Grund meine Aktivitäten zu verfolgen vielleicht äh, ja was kann ich jetzt noch sagen ich ja, puh ja nebenbei mache ich aber auch noch Minecraft das so ab und zu kommen wird da wenn ich Lust drauf habe und ich muss nämlich erstmal ganz am Anfang sagen ich habe nichts routinemäßiges an mir Videos kommen, wann ich will und welche ich will also ich habe keinen Uploader-Plan weil ich mir vorgenommen habe als Display nie die Routine zu fallen und das habe ich bis jetzt auch durchsetzen können ich möchte euch jetzt auch mal nicht langweilen ja natürlich kann man mir auch so Projekte vorschlagen oder Kommentare schreiben und wenn ihr irgendwas wissen wollt dann werde ich natürlich antworte und ja es wäre nett wenn ihr einen Daumen oder ein Abo dalasst und wir sehen uns Ciao